Hallo, hier ist Ronja und heute brechen wir aus einem Unterwasser-Gefängnis aus, in diesem wunderhübschen Underwater-Escape-Szenario. Und, äh, richtig. Ich mein, wir als Ausbruch-Experten. Nicht cheaten, sonst wird es kein Spaß werden. Diese Map ist für Singleplayer-Only, ist uns egal. Es ist uns wirklich egal. Wir spielen nur die Singleplayer-Maps. Ab dem Punkt ist es einfach eine Herausforderung, wie viele Crashes wir kriegen. Renner ist uns auf zwölf oder höher. Habe ich. Nice. Okay. Oh nein, wir sind unter Wasser. Ich sehe nichts. Oh, Underwater-Escape. Bei Silvercard. Oh, hallo, sagt Dr. Aqua. Ey, du bist voll geil aus. Du bist gefangen. Jetzt müssen wir ausbrechen. Okay. Oh, du musst im Chat klicken. Okay, mein Name ist... Aqua Labs. Einer wissenschaftlichen, äh, Forschungs, äh, Einrichtung. Ja. Einrichtung. Unter Wasser gebaut. Uh. Mein Name ist Dr. Aqua und ihr seid, was? Ihr seid mein neuestes Testobjekt. Ja. Es war eine lange Zeit her, seitdem ich jemanden habe. Äh, so wie du. So wie ihr. Ihr seid wahrscheinlich verwirrt, warum ihr hier seid. Aber keine Angst, ich bin nicht da, um euch zu weh zu tun. Das ist schon mal gut. Das freut mich. Ich habe euch hier gerne gebracht, weil ich auch Hilfe brauche. Okay. Wir sind die einzige Hoffnung. Okay. Das ist natürlich schlecht. Erteilt auf uns. Bravi Blob. Ja, ist egal. Okay, auf geht's. Nice. Gut gewonnen. Ausgebrochen. Okay. Das sieht alles schick aus. Oh, ich hab's dirkt das Secret. Oh, okay. Unter der Kiste. Oh, Flo. Als Ausbruchsexperte. Diamond Key, Mysterious Fruit und Diamond Pickaxe. Die kann... Was für ein Japan? Äh. Hier ist ein Stuhl. Eisenstangen und Cobblestone. Ey, schau mal. Oh, was? Oh, lol. Schnieke. Okay, gibt's hier irgendwo Eisenstangen oder Cobblestone? Warte, gibt's hier vielleicht was im Ofen? Nicht, dass wir da was vergessen. Ich glaub nicht. Äh, jedenfalls, wir haben den Schlüssel bekommen, oder? Wir haben hier eine Schlüssel, aber da steht... Ja. Geht der? Nö, der geht nicht. Vielleicht die mysteriöse Frucht? Soll ich die mal essen? Ja, dann wirst du geportet, glaub ich, irgendwo hin. Iss die mal. Rom, jom, 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 jom. Oh, nein. Oh, warte, das ist gut. Im Lüftungsschacht sehen wir's. Das ist immer... Der Lüftungsschacht ist in jeder Map ein beliebtes... Oh, schau mal, die haben hier so Dings Häufchen. Schau mal, die haben hier so Häufchen. Oh, wie schön. Oh, nein. Eindringling detected. Oh, nein. Was denkt ihr, was ihr tut? Zurück in die Zelle. Nein. Äh, nö. Äh, auch nö. Oh, da jetzt kommt noch so ein... Äh, äh, äh. Okay, wir sind in der Zelle. Oh, halt, fühlen, wie nice. Oh, wir können hier weiter. Okay. Oh. Ich werde euch stoppen, wenn ich es tun muss. Oh, nein. Denk nicht drüber nach, wegzuhören. Tja, äh, doch. Ich mein, wir wären weg, oder? Okay, vielleicht brauchen wir hier für den Schlüssel. Nö. Oh, warte, warte, komm in die Nähe. Was denn, siehst du? Eisenbahn oder... Oh, okay. Oh, okay. Nice. Haben wir hier was? Hier steht was drin. Block and Quill. Nö, steht nicht. Leather can be placed on Block of Emerald. Also auf einem Block, wie hier. Oha. Passiert hier jetzt was? Ja, hier. Wo? Ausbruchsexperte. Oh, nein. Ich warne euch. Dreht euch besser jetzt, um... Sonst... Müsst ihr auf die harte Art der Faden. Oh, nein, das ist nicht schön. Pflanzen, die von... Unter Wasser. Uh, schau mal an. Ich meine, wir sind ja auch unter Wasser. Wundert uns jetzt nicht. Okay. Wir sind jetzt hier oben. Gibt's hier drinnen was? Glas. Da ist nix. Glas. Da ist nix. Da ist nix. Hier ist eine Kiste. Chest ist locked. Vielleicht mit dem Schlüssel? Nö. Hier sind Melonen. Okay. Auch schön. Oh, ich hab einen goldenen Key. Okay. Okay, das ist gut. Okay, hier ist Fisch. You so unlocked chest. Ja! Ja? Button. Okay. Oh, praktisch. Ich find, das ist gut gemacht, ja? Ich find, das ist tatsächlich meine Web, da müssen wir gar nicht cheaten. Äh, ich mein, natürlich. Nein, du meinst du nicht auch. Hört ihr immer... Was hört ihr überhaupt zu? Ihr macht das schwieriger als es ist. Oh nein. Machen wir es schwieriger als es ist? Ist in der Kiste irgendwas? Ist die chest wieder locked? Ich versuch's immer mit dem Diamond Key, aber es klappt nie. Chest ist locked. Ey, long time, wie nice das aussieht mit den Naturen alle. Pink die. Ja. Hä? Keine Ahnung, das ist voll schick gemacht. Gute Arbeit an den Map-Macher. Wie auch immer der Name war. Flo hat's eh vorhin vorgelesen. Ist nix drin, gell? Ne. Okay, weißt du was? Ich sag, wir gucken einfach... Hm, was gibt's denn hier noch? Ist hier vielleicht was? Bei diesen Holztüren. Ich hab geguckt, aber hier ist nix Gutes drin. Da ist nix. Ja, recht. Oh, da ist... Ich hab kaum so... Hier ist nix. Warum nicht? Oh, ich sag, hier bohren. Oh, hier. Was? Du musst dir all diese Dinge öffnen. Welche? Ich hab die geöffnet. Da war nichts. Mhm. Guck mal, was hier oben drauf liegt. Was da... Was lag da? Schau mal drauf. Ich seh nichts. Hier ganz oben. Auf dem Regal. Oh, da ist was. Da ist was. Wie krieg ich das? Wie kann ich das nehmen? Das ist ein Schlüssel. Ich hab ihn. Wie hast du das gemacht? Was? Wie hart zu verstecken. Es ist stickt drin. Okay. Und jetzt können wir uns nix in Schalter kraften. Off-Block of Emerald. Nice. Oh, nice. Sehr gut, sehr gut. Hier war irgendwo ein Block of Emerald. Profi. Hab ich schon gesehen. Da ist er. Nice. Perfekt. Okay. Ich hab dich gewarnt. Wo, denkt ihr, geht ihr hin? Nichts anfassen. Ich warne euch. Ich fasse erst mal alles an. Tja. Oh nein, jetzt klingelt's. Hallo? Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Nein. Oh nein. Stopp. Oh. Nice. Nice. Was habt ihr gerade gemacht? Ihr habt alles gut gemacht. Was hab ich gesagt? Übers nicht anfassen. Jetzt guck, was ihr gemacht habt. Alles gut. Wisst ihr was? Ich hatte genug. Okay. Sie ist schön. Heißt es, wie können wir gehen? Oh nein. Scheinbar nicht. Äh, was? Jetzt schaue ich, wie ihr zu Tode brennt. Hä, warum? Weiß ich nicht. Vielleicht, wenn wir einfach gehen wollen. Was ist kaputt? Aquarium. Oh. Das ist natürlich nicht gut. Äh. Oh nein. Oh lol. Guck dir, schau dir das an. Oh, da wollte er. Warte. Flo. Vielleicht ist hier was. Aber. Oh nein. Du bleibst jetzt wirklich zu Tode, oder wie? Oh nein. Nein. Ciao, Ronja. Ciao. Es war schön. Es war eine schöne Zeit. Hä? Und? Ich glaube, wir sind ins Aquarium, sage ich. Ja? Komm her. Okay. Durch die Lava. Nein. Hinter dir. Oh nein. Ich bin jetzt auch in die Lava gegangen. Okay. Hier. Wo ist denn das Aquarium? Wo die Fische sind. Ich sehe keine Fische. Wo? Dort, wo die Kiste war. Wo? Welche Kiste? Hinter dir. Ich habe keine Orientierungssinn. Da bist du. Wohin müssen wir? Ähm. Ja. Ja. Oh, ich dachte, weißt du, wohin wir sind. Da ist Wasser. Das meine ich. Ja, das wusste ich. Aber ich esse nicht wirklich was. Ich weiß nicht, wie ich hier hochkommen soll. Das ist ein schwieriger Sprung. Oh nein. Das sind nur Fische. Soll ich die Fische schlagen? Ja. Schlag die Fische. Töte die Fische. Töte die Fische. Töte sie. Okay, wir haben die blöden Fische. Ah. Okay. Okay, siehst du vielleicht irgendwo Cumblestone oder Eisenstangen? Stimmt. Warte mal, schau mich. Vielleicht finden wir da ja langsamer was. Vielleicht unten bei der Lava. Vielleicht auf der anderen Seite von der Lava. Oh, guck, wir sind doch Eisenstangen. Wusste ich. Ab geht's. Oh nein. So. Oh, hier war das kaputt. Schau mal. Oh nein. Das waren wir. Ey, das ist voll nice. Okay, wo geht's denn weiter? Siehst du da was? Oh, guck mal. Das ist gar nicht schlecht. Wie hab ich das denn gemacht? Alter. Was? Wie seid ihr rausgekommen? Das ist noch nicht vorbei. Ich werde euch früher oder später fangen. Nein. Stopp, stopp, stopp. Oha, schau mal. Was für Crazies. Vorsicht, dass du nicht stirbst. Okay, ich hab jetzt regeneriert. Ich charge jetzt hier durch. Der Boden ist richtig gut gemacht. Ja. Das ist voll faszinierend. Ein Porten 2. Oh nein, ich bin tot. Ne, bin ich nicht. Ne, ne, siehst du rechts. Ich flackere nur rot. Und wo? Siehst du die in der Wand? Nö. Mach mal ein paar Teekl an, wenn du die aus hast. Doch, ich hab die an, aber ich weiß nicht, was davon die Laser sind. Weil alles so rumflinitzelt. Die sind ja grauen Blöcke in der Wand da drüben. Ja. Au. Irgendwas lasert mich. Ich hab flackiert. Huch. Okay. Gut gemacht. Oh, das war so eine Art Mini-Cutscene, ha? Ich glaub, wir müssen hier rüber. Okay, das ist ein Jump Run. Wow, guck mal. Wow. Jetzt bin ich oben. Ich bin auch nicht fertig mit euch. Die Pferde einen Weg finden euch zu... Nein. Er wollte uns killen. Er wollte uns killen. Er hat gesagt, er will uns nicht wehtun. Aber er will uns schon wehtun. Ah, hier ist überall Lava. So. Man kann nicht hier immer gewinnen. Wir haben verloren. Wir finden hier keinen Weg raus, okay? Man kann nicht hier immer ausbrechen. Manchmal brechen wir schon oft aus, ja? Aber wir können halt wirklich nicht immer ausbrechen. Wir können es halt auch nicht jedem recht machen, ja? Wir verbrennen jetzt hier zum 500.000. Mal. Nein, das glaub ich nicht. Das würde ich ausschließen. Spawn und ich die ganze Zeit wieder. Sonst seh ich nicht die ganze Zeit sterben. Und ticken. Oh nein. Ja gut, wir haben's versucht. Es war... Man kann halt nicht immer gewinnen, ne? Der Typ hat gesagt, er wird uns... Ja, wenn's nicht klappt, wenn wir ausbrechen, dann wird er uns einfach töten. Hat er gemacht. Wir sind jetzt verbrannt. Passiert. Der Typ hat gewonnen. Yay. Ja gut, falls ihr die Map schon mal gespielt habt, oder falls ihr die Map spielen möchtet, dann kann ich sie in der Beschreibung verlinken. Ich würde Singleplayer empfehlen. Sonst endet es so wie hier. Ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr es gespielt habt, was danach noch so passiert. Würde mich interessieren. Aber es war witzig bis jetzt. Tja, war witzig. War eine spaßige Erfahrung. Unerwartetes Ende. Unerwartetes Ende. Damit habt ihr nicht gerechnet. Bam. Okay, gut. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.